Und Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Er ist eine neue Schöpfung. Also wenn du dich definierst, oder wenn du die Definition hast von deiner Identität in Christus, dann wirst du eine neue Schöpfung. Halleluja. Paulus erklärt uns hier etwas Wichtiges. Also wir werden eine neue Schöpfung. Und zwar, wir werden eine neue Schöpfung, wenn wir zu der Feststellung kommen, wer Gott gemacht hat aus uns, also was unsere wahrhaftige Identität ist. Also wir sind in Christus. So to be in Christus zu sein, soll auch einen Einfluss haben auf unsere Denkweise. So when your thinking is not affected, und wenn deine Denkweise dabei nicht berührt wird, du bist ja Stellungsweise in Christus, aber dein Wesen findest du trotzdem nicht in ihm. Und jetzt ist das unsere Verantwortung, dass wir auch unser Wesen in Christus annehmen. Und wie tun wir das? By changing the way we think. Indem wir unsere Denkweise ändern. Denn Jesus Christus is the Word of God. Is das Wort Gottes. And so when the Word of God comes to us, wenn das Wort Gottes zu uns kommt, it changes the way we think. Das ändert unsere Denkweise. And then we become a new creature. Und dann werden wir eine neue Schöpfung. This is dynamic. Paul is not saying that you are not a new creature. Paulus sagt nicht, dass du nicht eine neue Schöpfung bist. If you are in Christ, you are a new creature. Wenn du in Christus bist, du bist eine neue Schöpfung. But your new creature, aber diese, deine neue Schöpfung, has to become something, it has to become a state, which is defined by how you accept it in your soul. Diese neue Schöpfung, die du bist, muss eigentlich in deiner Seele auch sichtbar sein. Erkennbar sein. Glory be to God. Amen. So when we accept Christ, und wenn wir Christus annehmen, we accept his word, dann nehmen wir auch sein Wort an. We accept that all that which we desire, und dann nehmen wir auch an, dass alles, was wir wollen, in him is already accomplished. In him ist das alles schon vollendet. And so we come into oneness, wir kommen in Einheit, with that which we desire, mit dem, was, mit das alles, was wir auch wollen, mit unseren Wünschen. So Jesus Christ, und Jesus Christus, is our desire, ist das unsere Sehnsucht. Und Untertitelung des ZDF, 2020